Ja, ich war sogar der Erste, der diesen Rang bekommen hat hier auf dem Server, finde ich auf jeden Fall mega cool, danke hier nochmal an das GOMMHD-Team, vor allem an Klaus Thaler, der jetzt... Und zwar, ähm, habe ich eigentlich gar nicht so viel Neues, ich bin immer noch orange, wie jeder andere Premium-User, der einzige Unterschied... Yo Leute und willkommen hier zu einem weiteren Video, heute mal auf dem GOMMEL-Server in der Lobby fangen wir an. Denn es gibt was zu berichten, Phil, weißt du Bescheid? Ja, natürlich, bitte, sagst du. Und zwar, ähm, ja, gibt es jetzt einen neuen Rang auf dem GOMMHD-Server, der richtig cool ist, der ist halt mega praktisch für mich und zwar ist das der Premium-Plus-Rang, vielleicht versteht ihr mehr darunter, wenn ich so sage, Mini-YouTuber-Rang vielleicht, dass, ähm, diesen Premium-Plus-Rang gibt's für YouTuber, ähm, ja, da ist, glaube ich, noch gar keine Bedingung richtig angesetzt, äh, das sollte so ungefähr, so ab 6000 Abos ungefähr so sein, ähm, aber die achten da auch mehr auf die Klicks und wie man halt erkannt wird und sowas und wie man auf dem Server spielen kann. Und da ich ja relativ oft erkannt und getargetet wurde, ähm, ja, also jetzt nicht nur wegen mir wurde der Rang erfunden, aber der Rang wurde halt erfunden. Und, ähm, ja, ich war sogar der Erste, der diesen Rang bekommen hat hier auf dem Server, finde ich auf jeden Fall mega cool, danke hier nochmal, äh, an das GOMHD-Team, äh, vor allem an Klaus Thaler, der ist ja auch in der, in der, äh, Lobby drin. Ähm, ja, danke auf jeden Fall. Und zwar, ähm, hab ich eigentlich gar nicht so viel Neues, ich bin immer noch orange wie jeder andere Premium-User. Der einzige Unterschied, ich hab hier in der Lobby ein, äh, ja, ein, ein, so ein Name-Tag und den hat, den hat Phil auch. Hallo, hallo, kann ich dich noch wegspulen? Ja, kannst du. Oh. Ähm, ja, so ein Mini-Feuerzeug, das sieht aus wie ein Feuerzeug, oder nicht? Also in meinem Text-Shop-Pack, in meinem Text-Shop-Pack schon. Du hast auch Specs, oder nicht? Egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich die Rechtsklick drauf machen, da kommt der automatische Nickname, wurde deaktiviert oder aktiviert. Ich lass den mal aktiviert, ähm, ja, das ist eigentlich der, äh, der einzige Unterschied, ich kann mich nicken. Das ist, mehr, mehr ist das auch nicht, das ist dieser Premium-Plus-Drang. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die erste Runde QSG. Ähm, genau. Endostropa ist da oben. So, ja, welche Map wünscht sich denn der Herr? Äh, du bist nicht genickt, kann das sein? Doch, doch. Ja, oder, achso, dann mach mal Raid, wenn du kannst. Raid ist eine sexy Map. Bei mir wird es nämlich als FIFA angezeigt, ich weiß nicht, wie das Ganze so ist, aber. Du spielst in 1.8, ne? Genau, ich spiel in 1.8. Ja, 1.8. Bug. Oder 1.8 halt, ja. Achso. So, Map Raid, ihr seht es. Und, ja, dann geht's auch gleich schon direkt los. Hallo, guck mal. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ah, hi. Moin, Alter, wir haben die ganzen Kisten für uns hier. Ja, loote die mal alle, ich hab hier noch ein paar. Ja, ja, ja. Okay. So eine? Okay, Schwert. Ich hab auch, oh fuck, muss ich mich rausnehmen. Ich spiel grad wie so ein Anfänger. Alles sieht schon mal nicht schlecht aus. Alter, nice. Oha. Okay, 8 Pfeile noch. Aber ich spiel grad wirklich wie so ein Anfänger. Ich bin grad erst nach Hause gekommen. Ist jetzt auch die erste Runde, die ich spiel und ich spiel grad unnormal wie so ein Anfänger. Ich treff nicht mal die Kisten, wenn ich die looten will. Das sind schon Teams erlaubt, ne? Warte mal, ich hab hier einen Steinshirt für dich. Ich hab schon eins. Ah, okay, alles klar. Aber ich nehm auch Unzeit ist gerne. Ja, tschüss. Ist ja natürlich nicht schlecht. Komm. Ah ja, ihr seht es. Ich heiße jetzt bei mir The Beats. Aber wenn ich GL zum Beispiel in den Chat schreibe, heiße ich Ryan-MC-Dermo. Das heißt, ich bin auch wirklich genickt. Und ja, keiner weiß, dass The Beats hier in der Runde ist. Oh, verdammt. Ich dachte erst mal, das wärst nur du. Ich hab ja gar nicht gecheckt, dass die zwei sind. Pass auf, pass auf, da kommt noch einer. Ja, ja. Ich geh auf den anderen. Ich hab den anderen, ich hab den anderen. Jawohl. Den erwischt du, ne? Und ich hab den. Nice. Gute Teamarbeit. Da hinten sind schon die nächsten. Oh, der ist schon ein bisschen besser ausgerüstet. Hast du ne Hose für dich? Ja, ja, ne Hose brauch ich. Ja, du siehst natürlich so nackt aus ohne Hose, Mensch. Komm. Bisschen nackt, ja. Muss natürlich auch sein. Oh, komm. Da hinten die Tier. Der hat ne Diachist, ja. Ich laufe außen rum, ne? Okay. Ah, ne, okay. Der erwischt uns. Lauf du mal hinter ihm her und ich laufe oder versuch ab. Oh, fuck. Soll ich dir helfen? Ne, der leckt ziemlich. Alter, guck mal, wie er leckt. Ah, ich wollte grad da oben herlaufen. Aber weil ich dachte, du wärst hinter mir und wärst, äh, würdest angegriffen. Ne. So, kurz was essen. Äh, ich versuch so ein bisschen abzukürzen links, ne? Lock ihn mal nach links. Ich dachte, er muss sowieso immer weiter nach links laufen. Okay, ich bin grad bei Raid. Oh, schöne Sachen. Ne, den krieg ich leicht. Ja. Der hat auch, glaub ich, kein Schwert. Ja, full life. Alter, nice. Oh, dir kommt noch mal einer mit einem Eisenschwert. Pass auf, pass auf. Ich komm zum Raid, ich komm zum Raid. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, Alter, nice. Komm, hol dir schnell die Sachen. Ah, 60 Sekunden noch. Ah, da hinten bist du. Da hinten ist der kleine, süße Phil. Moin. Warte, hier noch? Hier, zack, zack, zack. Ich brauch nicht. Ich hab schon alles, was da ist. Ah, alles, was das Herz begehrt. Ah, hast du alles aufgesammelt? Ne, ne, meins war schon voll, Mensch. Meins ist richtig leer. Alter, was? Der hat noch einen Diachest. Lauf du mal durchs Fenster. Ähm, oh. Ah, der da. Der süße Boy. Der hat noch einen Diachest. Die könnte ich sehr gut haben. Vielleicht läuft er wieder hoch. Ne. Okay, schade. Hinter dir ist auch noch einer. Da. Okay, warte. Ich versuch den ein bisschen, ja, abzukürzen. Ich denke, der läuft da weiter gerade aus. Genau, da hinten ist er. Ja, den Weg konnte ich ein bisschen abkürzen, aber ich hab halt derweil gegessen. Gut, aber der Slap-Match beginnt gleich sowieso, ne? Ein Hit verpasse ich ihm noch. Und ja, jetzt warten wir einfach, bis wir TP'ed werden in die Runde. Okay, let's go. So, da hinten ist der Gegner. Ich geh auf Zocker. Okay, ich geh auf diesen Main King. Es glauben mir wirklich viele nicht. Ich hab das aber auch, glaub ich, in der letzten Aufnahme gesagt, wenn ich mich nicht irre. Oder, hab ich das? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Aber komm. Der eine ist auf jeden Fall, müsste... Ah, müsste nicht so viele Herzen haben. Komm schon. Ja. Ich hab den einen mit der Diachest. Oh, jawoll. Und du hast den anderen? Ja. Nice, nice. Okay. Dann sind wir die letzten beiden. Da können wir einen kurzen Endkampf machen, oder? Machen wir einfach ohne Bogen. Nein. Oh. Schade. Aber ich wollte sich da hochboosten. Okay, ich versuch's auch. Ich versuch's auch. Oh, oh, oh. Schafft er. Schafft er erst. Jein. Ein. War das knapp. Oha. Nein. Das war ja mega hoch. Das war richtig, ne? Ich hab das das erste Mal in meinem Leben versucht. Oh, Mann. Gut, wir versuchen jetzt einfach zu raggen. Und dann machen wir kurz einen Kampf, damit gleich noch eine weitere Runde in die Aufnahme passt. Machen wir einfach ohne Bogen. Nur mit Angel und Schwert. Alles klar. Können wir gerne machen. So, hast du eine Diachest? Ja. Ich hab eine Diachest, ja. Hast du auch eine... Du hast keine Schuhe, ne? Äh... Nee, stimmt. Leider nicht. Gut, dann hab ich hier... Goldschuhe für dich. Oh, danke schön, danke schön. Eisenschwert. Hast du auch eins? Nein, ich hab ein Steinschwert noch. Ich hab gar kein Schwert mehr. Ja, dann hast du hier ein Steinschwert noch von mir. Danke, danke. So, das Eisenschwert muss man natürlich auch gesprengt haben hier. Oh, das arme Eisenschwert. Fuck, jetzt muss ich noch länger raggen. Ich spring einfach rein. Oh, Mann. Gut. Versucht der nochmal sich hochzuboos. Spaß, nein, nein, nein. Aber jetzt hast du aber trotzdem Schaden bekommen. Ja, ganz wenig. Wir können von mir aus anfangen. Ja, gut, ich brauch doch zwei Herzen ringen. Dann kann ich. Okay. So, du bist voll, oder was? Jo. Der hat Spaß da mit seinem TNT. Alles klar, let's go. Oh, oh. Ja, ja, jetzt kommst du. Gut, okay, wir können loslegen. Ich hab halbes Herz fehlt mir noch, aber das ist genau jetzt voll geregelt. Okay, go. Oh. Oh, fuck. Nein, ja, ja. Nein, oh, verdammt. Oh, GG. So, jetzt seht ihr nach der Runde, wie jeder YouTuber ist dann umgenickt. Ähm, so wie Phil auch jetzt. Ähm, das ist so das Einzige wirklich, was, was dieses, die Sache an kann eigentlich. Ähm, ist zwar, ich sag zwar, ist das Einzige, aber trotzdem das Wichtigste. Das ist ja das Einzige, was ich wollte, ne. Mir ging es ja nicht um diesen Scheiß, die er nah haben. Ich wollte mich einfach nur nicken können. Und ja, dann würde ich sagen, spielen wir noch eine zweite Runde. Freight ist gut, ja. Neue Map, ne. Das ist eine neue Map. Ja. Jetzt, ich hab einen automatischen Nickname, das heißt, oder jetzt ist es ein zufälliger Nickname. Ähm, du hast einen festen, oder? Oder hast du auch einen? Äh, ja, ich hab grad. Also, ich wechsel die auch immer. Nicht, dass ich jetzt immer YouTube heiße. Aber bei mir, bei mir wechselt das jede Runde. Ich heiße diese Runde halt, äh, Sanatas oder sowas. Aber wir sehen uns in der Party, glaube ich, sowieso nochmal. Hoffentlich. Hoffentlich. Wenn das nicht wieder buggt. Ah, doch. Wir sehen uns nochmal. Ah, da wird er gesnacken, der kleine Schabin. Oh, da ist einer, da ist einer. Oh, der hat nur eine Hand, der hat nur eine Hand. Oh, sorry. Kein Ding. Drei Herzen hast du mit dem Scheißbogen abgezogen. Oh, Mann, ja, das ist echt. Teilweise richtig viel. Ein schlimmer Bogen. Nein, hier ist einer mit Schwert, hier ist einer mit Schwert. Oh, bei mir auch, bei mir auch. Oh, Ferzen, Ferzen nur noch. Oh. Ich hab kein Schwert. Ich hab, renn weg, renn einfach weg. Ja, ich kann nichts anderes machen. Ich hab auch kein Schwert. Hm. Ah, verdammt. Ah, jawohl, ich bin weggekommen. Ich bin weggekommen. Ne, ich nicht. Ganz und gar nicht bin ich weggekommen. Warte, ich versuch noch ein paar Kisten zu looten. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Ja, mach, bitte. Oh Gott, oh Gott. Eisenweinschutz. Ach, Beats, da bist du, komm. Geh, geh, geh. Oh, Mann. Jawohl, gut. Warte, hier ist ein Schwert. Hier ist ein Schwert. Nice. Hier sind noch sechs Feile. Das war jetzt so eine Situation, habt ihr gesehen, wo ich dann durch den einen durchgerannt bin, der mich mit der Angel zurückboosten wollte. Das wäre so eine Situation gewesen. Wäre ich jetzt umgenickt, war das meistens so, dass dann alle einfach auf mich gegangen sind. In so einem Gemetzel konnte ich jetzt weglaufen. Und als ich immer umgenickt gespielt habe, sind dann alle sozusagen, haben mich dann gehittet automatisch, weil die dann gesehen haben, oh Beats, den will ich töten oder so. Oh, ich habe einen. Nice. Ich habe immer noch kein Schwert. Und dann sind die halt öfters auf mich gegangen. Das heißt, jetzt wäre wieder so eine Failaufnahme gewesen, die dann unnötig wäre. Hast du ein Schwert für mich? Nice. 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 So viele Sachen. Natürlich. Danke, danke. Gut. So. Dann laufen wir jetzt weiter. Und da hinten schon der erste Gegner, den wir zusammen klatschen können, würde ich sagen. Ja, das sind zwei. Gut. Ah. Okay. So, jetzt läuft es auf jeden Fall mal ganz gut. Das ist auch ein Team, das ist auch ein Team. Daher, daher. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Sind die low? Ich weiß nicht, ob die low sind. Ich gehe auf den einen. Den einen habe ich, denke ich. Okay, ich habe den anderen. Ich habe den anderen. Habe ihn? Ja, ich habe den anderen. Sehr geil. Sehr geil, Alter. Nice. Ui, ui, ui. Boah, jo, wie voll mein Inventar ist mit Eisensachen. Alter, bei mir auch. Alles. Okay, voll Eisen erstmal. Sehr geil, sehr geil. So, ich kann erstmal alles rausschmeißen hier. Das brauche ich alles nicht. Nein. Dann wuchst du mich nicht da rein. Aha. Hast du eine Angel? Nein. Hast du eine Angel? Mensch, nicht nur einen, du. Eins, zwei, drei. Ah, danke. Alter, Digga, mit einer Angel hätte ich nicht geschafft jetzt. Scheiße. Alles klar. Gut. Dahinten bist du und dahinter ist noch einer. Ich muss gucken. Ich habe jetzt eigentlich keine Lags, aber... Ach, der ist... Das bist ja gar nicht du. Nee. Abstauben. Abstauber. Ah, was für ein Abstauber. Warte, pass auf. Du warst da, versuchst da. Nein. Nein. Wir kriegen einfach beide nicht. Komm. Oh, Mann. Wir machen eine kleine Wette, wer ihn bekommt. Wer ihn bekommt. Alles klar. Ich habe ab und zu immer so kleine Lags. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt. Ich hoffe, ich kann das irgendwie... Ist zwar... ...beheben. So... Äh. Nein. Da warst du den Last Hit. Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Ding. So, machen wir noch ein Battle einfach so mit Schwert und Dinges. Jo. Du hast auch Volleisen, ne? Und dann mit Steinschwert. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Und. Ah, fast. Nochmal, nochmal, nochmal. Lass mich einmal. Mensch. Lass mich einmal. Lass mich einmal. Okay. Ich will jetzt auch mal auf versuchen. Oh, bitte, bitte. Achso, hast du keinen? Okay. Ja. Auer. Guck jetzt. Ja. Der Boss das macht. Ah, Mann. Ah, komm. Jetzt. Das war nicht so. Perfekt abschätzen. Und. Eis. Nein. Alter, du warst mega hoch. Ein Herz, Alter. Ein Herz, Digga. So, dann würde ich sagen, Rex, jetzt mal. Hast du noch TNT? Ja, eins. Okay, komm. Ich versuch's einmal. Oh, Mann. Alter, es ist wie so ein Spielmodus hier. Ich geh nochmal mein Bestes. Okay. Ah, ich bin zu spät hochgesprungen. Ich bin zu spät hochgesprungen. Fakt, da hab ich's falsch eingeschätzt. Okay, jetzt raken wir einfach und dann machen wir noch einen finalen Kampf. Ja. Und der Pat schickt mir grad eine Sprachnotiz in WhatsApp. Soll ich die mir abspielen? Okay. Je nachdem, ne? Ja, ich glaub, er sagt nichts Schlimmes. Ich hab ihn nur gefragt, ob er zu Hause ist, ob ich warten soll, bis wir aufnehmen, weil ich hatte ihn im Zug gefragt, ob er Bock hat. Aber er war noch seine Haare schnell oder so. Mal gucken. Ah, fuck, ich hab den Ton aus. Ich will wissen, was er sagt. Komm. Mach ich einfach mal YOLO. Ne, mach das allein. Ich schaff das nicht mehr. Sorry. Oh, so ein Süßer. Oh, so ein Süßer bist du, Mann. So ein Süßer. Schöne Grüße aus DeBeats Aufnahme mit Feed zu dem Fahrt, meine lieben Freunde. Genau, meine Freunde. Das hab ich ihm jetzt geschickt. So, und... Geht nochmal, unser bester Mann. Gut. Schau mal. Okay, ich bin voll. Und du? Okay, jetzt pass mal auf, mein Freund. Wie hast du voll Gold? Ich zeig dir jetzt... Ich zeig dir jetzt einen Trick, ne? Ich geb dir ja so einen kleiner Trick. Schau dich... Dreh dich mal ganz kurz um. Ohne F5-Modus? Umdrehen. Ja. Okay. Wieder umschauen, bitte. Hallo. Oh, richtiger Zauberer, euer Thema. Kann das passieren? Hast du noch... Okay. Hast du noch ein bisschen Essen? Ne, leider... Gar nichts? Eigentlich gar nichts, muss ich hier ehrlich sagen. Du warst da, Alter. Ich hab wirklich gar nichts gehabt. Gut, okay. Bist du bereit? Bist du full? Ja. Mit Holzschwert. Ich hab kein Holzschwert. Du musst eins geben. Okay, Steinschwert dann. Okay. So, bereit? Let's go. Drei, zwei, eins. Ja, let's go. Let it! Let's get ready to rumble. Oh! Oh! Nein! 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 Okay, ein Haltererzen. GG. Alter, GG. So, ich würde sagen, das war einfach eine perfekte Aufnahme. Wir haben beide Runden als Team gewonnen. Ähm, ja, dann diesen finalen Endkampf. Der hat dann einmal Phil gewonnen und einmal ich gewonnen. Ich würde sagen, ist einfach eine perfekte Aufnahme geworden. Danke, Phil, dass du dabei warst. Gerne, immer wieder. Sein links unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Mal gucken, was da kommt. Ich hoffe, ich hab das Ganze so gut versucht zu erklären wie möglich. Also, wie gesagt, der einzige Unterschied ist wirklich nur hier, dass ich aktivieren und deaktivieren kann, dass ich genickt bin. Und, ähm, das war's eigentlich auch schon. Das Einzige jetzt, ihr könnt ja hier einstellen, noch Spieler verstecken. Und wenn ihr hier draufklickt, Teammitglieder und Freunde anzeigen, äh, dann werde ich euch auch angezeigt, wenn ich in der Lobby bin. Dann wisst ihr natürlich, der Beast ist drin, wenn ihr das eingestellt habt. Und, äh, ja, das war's aber wirklich auch. Mehr kann ich auch nicht machen. Ähm, also wie gesagt, Daumen nach oben, falls euch das ganze Video gefallen hat. Und, ja, sonstige Fragen einfach in die Kommentare. Ich werde's beantworten. Ich wette, da wird sowas kommen wie, wann bekomme ich den und so. Da, wie gesagt, stehen noch keine Bedingungen fest. Die achten aber jetzt mehr auf die Klicks als auf die Abonnenten. So viel weiß ich, aber sonstige Zahlen und so wurden da noch nicht bekannt gegeben. Sind aber demnächst dann auch, äh, äh, im Forum von, von Guamadessa aber gepostet. Die werden auf jeden Fall da gepostet demnächst. Ich weiß noch nicht wann. Auf jeden Fall irgendwann. Bis dann, Leute. Haut rein. Und bis morgen zum nächsten Video. Tschüss. Tschö, meine Freunde. Du warst dann, Alter. Wir wachsen. Tschö, meine Freunde. Tschö, meine Freunde. Nein, ich kr vibrere. Ich kr Curte. Nein, ich krone. ammonte ...